Papa, ich habe keinen Bock mehr in der Schlange zu stehen. Lass uns nach Hause gehen. Sag mal, bist du verrückt? Mama wird uns umbringen, wenn wir die Einkaufswende nicht erledigen. Okay, dann kauf mir diese Kaugummis, dann bin ich ruhig. Haha, auf diesen Trick falle ich nicht rein. Ähm, welcher Trick? Schau dich um. Die meisten Kassen sind geschlossen. Das ist ein Trick von Supermärkten. Und damit tricksen sie uns aus, damit wir mehr kaufen, während wir hier an der Kasse stehen. Wow, das ist ziemlich smart. Aber du willst mir die Kaugummis trotzdem kaufen. Oder willst du etwa, dass ich Mama sage, was ich letztens gesehen habe, als die Putzfrau da war? Nimm so viel, wie du willst. Von jeder Sorte.